Ja, bei mir steht Saman Mansour. Ganz starkes Spiel heute von dir. Wie geht's dir so kurz nach dem Schlusshift? Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Jeder hat gut gekämpft. Der Coach hat uns einen guten Plan gegeben. Und ich bin dankbar an meinen Teammates. Die haben mich gut in die Szene gesetzt. Wie wichtig war das heute, nach der Niederlage in Rostock so zurückzukommen? Ja, das war sehr wichtig. Für den Kopf einfach, dass wir keine Niederlagenserie jetzt starten. Und jeder hat gut geantwortet, gut gekämpft. Stolz auf das Team. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Leistung? Sehr zufrieden, aber das geht nicht ohne das Team. Ich bin Center, ich wurde gut in die Szene gesetzt von CB, guter Pester von den Point Guards. Und ich bin einfach dankbar. Alles klar, vielen Dank. Saman Mansour, meine Damen und Herren. Dankeschön.